Ahoi liebe Geisterfreunde, schön dass auch heute wieder mit mir zusammen hier auf Geisterjagd seid. Wir sind weiter auf Prestigekurs, ich habe auch ein paar Sachen schon aufgewertet. Und heute sind wir auf Albtraum im Edgefield Roadhouse unterwegs. Und wir sollen dem Geist heute während der Jagd entkommen, unter 25% Sanity kommen und das Parabol-Mikrofönchen benutzen. Gut, wir haben auch die Kopflampe dabei, auch die habe ich wieder aufgewertet. Dann nehme ich noch ein EMF-Messgerät mit, ein Thermometer und die gute alte Fotokamera. Jo, gehen wir mal los. Sicherungskasten heute im... Sehen wir nicht, stimmt, wir sind auf Albtraum unterwegs. Ich dusse, ich sage, der ist heute im Keller und ich sage, wir haben einen Huntu. Da bin ich mal gespannt. Geben mir ein Zeichen, bewege etwas. Ich habe gesagt im Keller. Ah ja, ich kenne ja mein Glück. Kein Versteck hier. Jo, ich habe ja gesagt, ich kenne mein Glück. Geben mir ein Zeichen, bewege etwas. Kein Beschwörungskreis. Kein Versteck hier unten. Sicherungskasten in der Garage. Sehr schön. Geben mir ein Zeichen. So. Hier ist ebenfalls kein Versteck. Bewege etwas. Geben mir ein Zeichen. Oben. Ja. Ich denke nicht im Keller, sondern oben. Ähm. Ich gucke nochmal ganz kurz, welchen verfluchten Gegenstand wir dabei haben. Veja-Bot ist es nicht. Spieluhr ebenfalls nicht. Spiegel auch nicht. Versteck. Versteck. Das war ein Zeichen dafür, dass es kein Oni ist. Hauch-Event mit Geisterbädchen, Oni raus und der Jinn ebenfalls, da die Sicherung raus ist. Also. Jinn und Oni raus. Zack. Guck mal eben. Können wir auch ein paar Lichter ausmachen. Das brauchen wir nicht. Und das ebenfalls nicht. Das theoretisch auch nicht. So. Das reicht. Dann können wir nämlich oben mehr Lichter anmachen. Ich mache mal alle Türen auf. Für den Jurai. Bewege etwas. Dürfte jetzt auch überall warm sein. Geisterraum hier im Flur. Hatte ich jetzt auch länger schon nicht mehr. Damals sehr häufig. Ja. Hier im Flur ist der Geisterraum. Alles klar. Dann hätte ich aber auch gerne noch ein Versteck. Lieblingsversteck. Jawohl. Ist hier. Dann gucke ich mal eben, ob wir in einem Orb sind. Mit der Videokamera. Wir kriegen ja nur zwei Beweise. Ein Beweis bleibt verdeckt. Und. Ich lasse mal eben die Fotokamera hier. Und nehme zwei Bücher mit. Die lege ich auch zuerst schon mal aus. Einmal hier. Das deckt bis dort drüben ab. So. Und eins hier hin. Schreibe ins Buch. Jetzt hole ich mir aber auch nochmal schnell die Fotokamera. Falls sie sich zeigt. Und es ein Phantom ist. Obwohl wir ja nachher eh noch die Jagd mitmachen werden. Da werden wir das Phantom auch erkennen können. Bleibt ja während der Jagd länger unsichtbar. Büchschen. Jo. Gut. Sie fix. Eins nehme ich schon mal mit. So. Box lege ich schon mal parat. Gut. Dann gucken wir erst mal nach einem Orb. Und. Anschließend. Probieren wir die Box mal aus. Sehen wir einen Orb oder eher nicht? Ja. Hier ist ein Orb. Ja. Dann stelle ich die mal hier so ab. Und wir probieren mal die Box aus. Bist du hier? Bist du da? Was möchtest du? Wie alt bist du? Ist jemand bei mir? Schreib ins Buch. Was möchtest du? Oh. Ich dachte schon kurz. Okay. Buch und ein Orb. Das sind die einzigen beiden Beweise. Dachte schon ganz kurz. Es wird eine Jagd gestartet. Okay. Also. Buch. Und der Mimic ist damit raus. Das heißt. Der Orb zählt auf jeden Fall als Beweis. Ist nicht die Eigenschaft des Mimics. Da der jetzt raus ist. Mare Revenant Tire. Mein Tipp damit dahin. Mit dem Hantu. Mare Revenant Tire. Schöne Geister. Hm. Jo. 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 Ich werde mal einen kurzen Fix noch mitnehmen. Hänge mal die Kopflampe hier hin. Die brauchen wir erstmal nicht. Aber. Ich lege ihn schon mal Räucher weg. Hier unten parat. So. Und so. Er hat das Licht angemacht. Mare raus. Eine Mare würde niemals das Licht anmachen. Weil die Mare sich damit schwächt. Warum? Ganz einfach. Eine Mare kann im Dunkeln schon ab 60% jagen. Und im Hellen. Also wenn wir jetzt hier stehen. Könnte sie erst anfangen. Wenn wir bei 40% Sanity wären. Die Box brauchen wir nicht mehr. Temperaturen gehen nicht hoch. Das heißt. Ich denke gleich geht es los. Wir haben dort oben Kruzifixe liegen. Das heißt wir werden auch noch gewarnt. Ist es der Tye oder der Revenant? Es brennt ein Kruzifix. Ich weiß nicht ob wir schon die 50% Marke erreicht haben. Gut. Das ein oder andere Event haben wir abbekommen. Ich nehme das jetzt mal mit nach unten. Wir sind jetzt in der Jagdpause. Das heißt der Geist hat noch ein paar Sekündchen Ruhe zu geben. Ich nehme hier das Räucherwerk mit. Es geht los. Das ist der Tye. Dachte ich mir schon. Dass wir noch nicht die 50% Marke erreicht haben. Und der Tye kann ja wenn er jung ist. Schon ab 75% Sanity anfangen. Genau Lieblingsversteck. Fast verlaufen. Tye steht fest. Während der Jagd sind wir auch entkommen. Jetzt hole ich mir noch eben ein Parabolmikrofon. Warte dann im Schränkchen. Parabolmikrofon. Geräusch dürfen wir hier drauf kriegen. Sanity fällt auch weiter ab. Dann hätten wir nämlich das erreicht. Und das erreicht. Mache ein Geräusch. Da wirft er was. Aber das ist nicht das was wir brauchen. Jagd geht los. Danach werde ich noch mal raus gehen. Noch läuft die Jagd. Mach ein Geräusch. Mach ein Geräusch. Mach ein Geräusch. Mach ein Geräusch. Also ist hier. Schreibt auch dort hinten noch ins Buch. Okay. Jetzt müssen wir wieder reingehen. Wenn die Jagd vorbei ist, sehen wir das auch daran. Wenn das Licht dort aus ist. Die Jagd geht jetzt wieder los. Deswegen bin ich wieder hier rein. Ah, okay. Kruzifix brennt. Das heißt, wir haben wieder eine Jagdpause. Mach ein Geräusch. Ah, da war es doch schon. Sehr gut. Und jetzt nur noch unter 25% Sanity kommen. Und dann sind wir durch. Fotos haben wir noch gar nicht gemacht. Spare ich uns dann auch mal. So interessant ist das ja auch nicht. Das hätten wir auch erreicht. Wir warten noch eine Jagd ab. Hat jetzt sehr gut funktioniert. Ohne Schnitt. Und in der Jagdpause hauen wir dann ab. So, es geht wieder los. Obwohl, wenn ich die Fotos schieße, haben wir eine perfekte Jagd. Eventuell. Wenn ich den Knochen dann auch suche. Obwohl. Komm, wir lassen es bleiben. Geld verdienen wir auch so noch genug. Alles klar. Mach's gut. So. Also, Taille. Alle Nebenaufgaben sind abgeschlossen. Kringel haben wir schon gemacht. Genau. Ein Revenant wäre halt langsamer gestartet. Ohne Sichtkontakt. Deswegen wusste ich, dass es der Taille ist. Zudem konnte ich mir schon vorstellen, dass wir noch nicht die 50% Marke erreicht haben. Und dass wir hier einen jungen Taille erwischt haben. Der halt schon ab 75% jagen kann. Okay. Mary Skinner. Ja, das war der Taille. 1.400 Dollar gemacht. Schall sind so freigeschaltet. Die benutze ich gar nicht. Deswegen wette ich die auch gar nicht erst auf. Sind jetzt bei Level 58. Prestige 5. Bald Prestige 6. Hoffentlich. Ich bedanke mich mal wieder bei euch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.